Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir erneut über die Gestapo, dieses Mal in Teil 3 über das Personal dieser wichtigen Geheimpolizei des Dritten Reiches. Wir werden uns anschauen, wie das Personal sich zusammensetzte, von der oberen Etage, der Chefetage, bis nach unten zu den einfachen Gestapo-Mitgliedern. Los geht's! Anders als ihre spätere Entwicklung suggeriert, war die Gestapo in den Anfängen des Dritten Reiches nach 1933 eine verhältnismäßig kleine Organisation. Bei ihrer Zusammensetzung aus den verschiedenen politischen Polizeien der einzelnen Länder innerhalb des Deutschen Reiches bildete vor allem die preußische politische Polizei, also die Polizei des größten Landes innerhalb des Reiches, den numerischen Kern dieser neuen Behörde. Im Januar 1934 bestand die Gestapo lediglich aus 1700 Mitarbeitern. Doch schon im Folgejahr wuchs sie auf 2500 Mitglieder und im Jahr darauf auf 3500 Mitglieder. Und das Wachstum der Gestapo setzte sich im Grunde dann bis in die 1940er Jahre fort, weil natürlich auch immer mehr Personalbedarf bestand. Denn insbesondere dann nach 1938 mit der Annexion neuer Gebiete und dann natürlich mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 wuchsen natürlich die Aufgaben auch der Gestapo auch außerhalb des Altreiches. Und dafür brauchte man natürlich erheblich neues Personal. Nicht nur in Preußen, sondern auch in den anderen deutschen Ländern wuchs die Gestapo über die Jahre an, allerdings doch deutlich langsamer als in dem großen Preußen. Ursprünglich war es auch so gewesen, dass die Gestapo sich noch nicht mal aus wirklich neuem Personal zusammensetzte. Die NSDAP ging bei der Einstellung von neuen Polizisten relativ sparsam um in den ersten Jahren nach der Machtergreifung, sondern vielmehr versuchte man vor allem bereits vorhandenes Personal umzuverteilen. Man nahm also vor allem die gut ausgebildeten Kripo-Beamten aus der Kriminalpolizei heraus und sortierte diese nun in die neu gegründete Gestapo ein, um dort eben einen gut ausgebildeten Personalpool zu haben. 1937 umfasste die Gestapo bereits 6500 Beamte. Tendenz steigend, denn wie gesagt, in einer Zeit, in der man nun neue Gebiete annektierte und dann natürlich auch mit Ausbruch des Krieges, wuchs der Bedarf an Personal, das man benötigte. Und das erklärt sich auch damit, dass die Gestapo eben nach Kriegsausbruch 1939 längst nicht nur im Altreich aktiv war, sondern natürlich vor allem auch in den Besatzungszonen aktiv wurde. Sprich, spätestens seit 1941 kann man sagen, lag der Schwerpunkt der Gestapo-Arbeit schon längst nicht mehr im Altreich, sondern vor allem in den Besatzungszonen, wo man nach möglichen Rebellen, Partisanen und so weiter suchte. Bis 1944 wuchs die Gestapo insgesamt auf über 30.000 Mitarbeiter an, wobei man sich bewusst machen muss, dass die Gestapo in den 40er Jahren längst keine komplett eigenständige Behörde mehr war, sondern die Gestapo wurde genauso wie der SD und andere Polizeibehörden in dem sogenannten Reichssicherheitshauptamt zusammengefasst, das bereits bei Kriegsausbruch 1939 begründet worden war. Und hier arbeiteten nun die Gestapo-Mitarbeiter eng zusammen mit den Mitgliedern des SD, also dem Reichssicherheitsdienst der SS, und waren damit auch an den verschiedenen Gräueltaten des NS-Regimes in den Besatzungszonen beteiligt, bis hin zur Teilhabe an Völkermord, Massenerschießungen etc. Die verschiedenen Stapo-Stellen, also die Nebenstellen der Gestapo in den unterschiedlichen Gebieten des Reiches, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Altreiches, waren natürlich, was ihre personelle Aufstellung betraf, sehr unterschiedlich gewesen, vor allem in den urbanen Gebieten und in den industrialisierten Regionen, wo mehr Menschen lebten, hatte man auch entsprechend mehr Mitarbeiter der Gestapo, die dort tätig waren, ganz anders als in eher abgelegenen ländlichen Regionen, wo wenig Menschen lebten, da reichte es dann in der Regel, wenn man mit ein paar Leuten vor Ort war. Doch wer waren eigentlich diese Gestapo-Mitarbeiter? Aus Film und Fernsehen ist bis heute vor allem das Bild des Gestapo-Beamten mit Mantel und Hut verbreitet, fanatische Nationalsozialisten, die durch die Gegend zogen und Menschen aus ihrem Leben rissen, wenn sie irgendwie sich regimekritisch äußerten. Doch trifft dieses Bild tatsächlich zu, Wer waren eigentlich die Männer und auch Frauen innerhalb der Gestapo, die im Dritten Reich wirkten? Während ihres gesamten Bestehens zwischen 1933 und 1945 hatte die Gestapo insgesamt drei Leiter. Diese drei Leiter waren, sowohl was ihre Herkunft betraf, als auch was ihren Charakter betraf und was ihr Schicksal letztendlich betraf, sehr unterschiedlich. Der erste Chef der neu gegründeten Gestapo, also zunächst einmal der preußischen Gestapo, war Rudolf Diels. Diels diente nach dem Abitur kurzzeitig am Ende des Ersten Weltkrieges noch als Soldat und trat, wie so viele Frontkämpfer, nach dem Ersten Weltkrieg einem Freikorps bei. Daraufhin studierte er Rechtswissenschaft und war anschließend in verschiedenen Provinzverwaltungen tätig. 1930 schließlich wurde er Dezernent für Linksradikalismus im preußischen Innenministerium, wodurch er in direkten Kontakt, könnte man sagen, mit der politischen Polizei Preußens kam. Diels sympathisierte mit unterschiedlichen reaktionären Kräften zunächst einmal in der späten Weimarer Republik, vor allem mit dem amtierenden Reichskanzler Franz von Papen, der ja letztlich ein Monarchist war und daran arbeitete, das Weimarer System in seine Einzelteile aufzulösen. So lieferte Diels unter anderem wichtige Informationen an die Regierung Papen, die den Reichskanzler dabei unterstützten, schlussendlich 1932 den sogenannten Preußenschlag durchzuführen, mit dem nicht nur die SPD-geführte Regierung in Preußen entmachtet wurde, sondern auch ein weiterer Sargnagel in die Weimarer Republik geschlagen wurde. Ende 1932, die Zeichen standen bereits auf einem Zusammenbruch der Weimarer Republik, näherte sich Rudolf Diels den Nationalsozialisten und vor allem Hermann Göring an und lieferte wichtige Informationen der politischen Polizei, die man über die Nationalsozialisten gesammelt hatte, an die NSDAP, wodurch sich die NSDAP letztlich besser auf mögliche Eingriffe der politischen Polizei vorbereiten konnte. Nach der Machtergreifung 1933 schließlich revanchierten sich die Nationalsozialisten damit, dass Rudolf Diels nun zum Chef der preußischen Neugegründeten Gestapo ernannt wurde. Doch diese Karriere im neuen nationalsozialistischen Polizeiapparat endete bereits abrupt 1934, denn Diels wurde ausselektiert, man machte ihn zum Kölner Regierungspräsidenten und beförderte ihn damit nominell, doch faktisch entfernte man ihn damit aus wichtigen Machtpositionen. Nach dem Ende des Krieges blieb er mehr oder weniger unbehelligt und konnte sein Leben fortsetzen, bis er 1957 aus bis heute ungeklärten Umständen bei einem Jagdunfall ums Leben kam. Nach der Absetzung Diels im Jahr 1934 folgte an die Spitze der Gestapo der SD-Chef Reinhard Heidrich. Reinhard Heidrich war im Grunde der ideale Nationalsozialist. Zum einen verkörperte er wie kaum ein anderer die nationalsozialistische Ideologie, auch von seinem Aussehen her groß, blauäugig, blond und so weiter. Zum anderen hatte er aber auch sehr enge Bindungen zum SS-Chef Heinrich Himmler. Neben seinem arischen Aussehen galt er als sportlich, sehr intelligent und vor allem als rücksichtslos. Und das war natürlich etwas, was man in den NS-Behörden sehr gut gebrauchen konnte. Seine steile Karriere, die Heidrich bei Polizei und SD bzw. SS hinlegte, basierte ironischerweise auf einem Missverständnis. Denn Heinrich Himmler hatte Reinhard Heidrich vor allem deswegen zum SD-Chef gemacht bzw. ihn damit beauftragt, den SD überhaupt aufzubauen, weil Heidrich in der Reismarine als Nachrichtenoffizier gedient hatte. Doch tatsächlich war diese Bezeichnung nur ein anderer Begriff für Funkoffizier. Unabhängig davon legte Heidrich eine steile Karriere in der SS und im SD hin und schaffte es schlussendlich zur Führungspersönlichkeit sämtlicher Einheiten der politischen Polizei sowie des SD. 1939 übernahm Heidrich die Kontrolle über das neu geschaffene Reichssicherheitshauptamt und damit war er nicht nur Gestapo-Chef quasi an höchster Stelle, sondern natürlich auch der Chef des SD und der gesamten Sicherheitspolizei im Reich. Zudem wurde er 1941 auch zum Reichsprotektor von Böhmen und Meeren ernannt, wo er nun quasi eine Jagd auf Juden, Separatisten und so weiter eröffnete, für die sich die Bevölkerung mit einem Attentat revanchierte, das 1942 tatsächlich erfolgreich war. Der dritte und letzte Leiter der Gestapo wurde Heinrich Müller, der bereits zuvor im Reichssicherheitshauptamt exekutiv das Gestapoamt geführt hatte. Müller war im Grunde genau das Gegenteil von Heidrich. Er war eine unscheinbare Persönlichkeit und nichts sprach dafür, dass Müller ein überzeugter oder gar fanatischer Nationalsozialist gewesen wäre. Er trat der NSDAP sogar erst 1939 bei Kriegsausbruch überhaupt bei. Allerdings war er schon 1934 SS-Mitglied geworden, vermutlich weil das Ganze seinem beruflichen Aufstieg entgegenkam. Doch nichts, wie gesagt, deutet darauf hin, dass Müller ein erklärter Nationalsozialist gewesen wäre. Vielmehr war er ein Karrierebürokrat, der im Grunde das NS-System als Sprungbrett nutzte, um seine Karriere voranzutreiben. Ob Müller sich nach dem Tod Heidrichs 1942 Selbsthoffnungen auf die Führung des Reichssicherheitshauptamtes machte, ist nicht bekannt. Und überhaupt ist auch weiter über den Verbleib Müller nicht wirklich etwas bekannt, denn im Jahr 1945 verliert sich die Spur. Möglicherweise fiel er in den Kämpfen um Berlin, möglicherweise begann er Selbstmord, aber auch eine mögliche Flucht ist natürlich denkbar. Die drei Chefs der Gestapo waren also, wie bereits zuvor angedeutet, in Hinblick auf ihre Herkunft, auf ihr Wirken und ihren Charakter und auf ihr Schicksal sehr unterschiedliche Menschen gewesen. Vom Karrierebürokraten bis zum überzeugten und fanatisierten Nationalsozialisten war hier quasi alles dabei. Doch eine Sache hatten sie selbstredend gemeinsam. Sie alle verdankten ihren steilen Aufstieg den großen NS-Persönlichkeiten wie Himmler und Göring. Göring beispielsweise förderte Deals, Himmler förderte Heidrich, Heidrich förderte Müller und alle waren natürlich insgesamt dann auch wieder von Adolf Hitler letztlich abhängig und seinen Entscheidungen. Und das war eine Entwicklung, die im NS-System sehr typisch war. Viele Karrieren basierten auf engen persönlichen Bindungen, auf Verhältnissen zu verschiedenen Förderern und damit entstanden Abhängigkeitsverhältnisse, die sich auch weit ab der offiziellen Hierarchien bewegten. Auch unterhalb der Chefs der Gestapo und ihrer Stellvertreter versammelten sich natürlich wichtige Persönlichkeiten, die auch wiederum alle durchaus unterschiedlich im Hinblick auf ihre Herkunft, auf ihren Charakter und auf ihr Wirken waren. Das bedeutet, einen typischen Gestapo-Beamten, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, hatte es im Grunde nie gegeben. Wie in der Chefetage gab es auch in der mittleren Etage der Gestapo zum einen altgediente Nationalsozialisten, aber genauso gab es natürlich auch einfache Karrierebürokraten, die das NS-Regime als Sprungbrett nutzten, um die eigene Karriere anzukurbeln. Die Gestapo suchte in den Anfangstagen vor allem erklärte Antikommunisten, denn neben den Juden waren natürlich Sozialisten und Kommunisten das erklärte Feindbild der NSDAP und diese Leute wollte man natürlich aus der Gesellschaft entfernen. Und das war eine Arbeit, für die man eben die Gestapo herannahm. Und viele Gestapo-Beamten, die man ja zuvor aus den Kriminalpolizeien und politischen Polizeien der Weimarer Republik übernommen hatte, hatten bereits Erfahrungen mit Linksradikalismus gesammelt und konnten jetzt hier gegen Kommunisten und Sozialisten effektiv eingesetzt werden. Viele dieser Polizeikräfte, die man wie gesagt aus der Weimarer Republik übernahm, waren natürlich keine überzeugten Nationalsozialisten von Anfang an gewesen. Aber viele von ihnen hatten eben eine durchaus antikommunistische Einstellung und das nutzten die Nationalsozialisten natürlich aus. Das änderte natürlich nichts daran, dass durchaus viele Beamte mit der Zeit das nationalsozialistische Gedankengut aufnahmen. Doch die Gestapo war mitnichten eine Behörde, die komplett durchfanatisiert gewesen wäre, sondern hier, wie gesagt, waren sehr unterschiedliche Menschen am Werk, die längst nicht alle den Nationalsozialismus so fanatisch anhingen, wie beispielsweise SS-Leute. Wie auch ihre Chefs hatten vor allem die mittleren und älteren Mitarbeiter der Gestapo den Ersten Weltkrieg noch miterlebt, hatten noch in den Ausläufern mitgewirkt oder waren sogar über Jahre noch im Krieg aktiv gewesen. Möglicherweise gab es auch noch Personal aus dem alten Kaiserreich, was im Grunde schon fast am Ende der eigenen Laufbahn stand. Und tatsächlich war die Hauptmotivation für viele Beamte im NS-Regime, in der Polizei weiterzuarbeiten, der angesprochene Antikommunismus. Denn damit konnte man sich identifizieren, unabhängig von der eigenen Haltung zum Antisemitismus und Rassismus. Doch das änderte natürlich nichts daran, dass sich im Laufe der Jahre auch in der Gestapo immer mehr Leute auch in der Führungsetage radikalisierten. Das hatte ein Stück weit natürlich auch mit dem Konkurrenzkampf unterschiedlicher Kräfte in der Gestapo zu tun. Man versuchte also vor allem durch immer radikalere Vorschläge sich gegenüber seinen eigenen Chefs zu beweisen, damit anzugeben und letztlich damit die eigene Karriere zu befeuern. Dabei muss man allerdings unterscheiden zwischen denjenigen Gestapo-Beamten, die im Altreich tätig waren und auch tätig blieben, und denjenigen, die vor allem außerhalb des Deutschen Reiches wirkten in den Besatzungszonen. Also diejenigen, die vor allem am Völkermord direkt und persönlich beteiligt waren. Im Jahr 1939 waren so gut wie alle Referenten der Gestapo, die in irgendeiner Form tätig waren in den besetzten Gebieten, nicht älter als 40 Jahre. Das bedeutet, die meisten von ihnen entstammten der sogenannten Kriegsjugendgenerationen, also derjenigen, die im Ersten Weltkrieg nicht mehr direkt mitgekämpft hatten oder nur noch die Ausläufer dieses Krieges mitbekommen hatten. So gut wie keiner von diesen Gestapo-Beamten, die in den Besatzungszonen aktiv waren, hatten einen kriminalpolizeilichen Hintergrund. Viele von ihnen waren Akademiker, die quasi auf Umwegen häufig auch über die SS oder den SD in die Gestapo gekommen waren und da bereits mit dem nationalsozialistischen Gedankengut durchtränkt wurden. Dadurch wurde natürlich sichergestellt, dass diese Beamten eben bereit waren, in den Besatzungszonen auch aktiv am Völkermord mitzuwirken. Denn Referent klingt natürlich jetzt erstmal wie ein Schreibtischtäter, doch viele dieser Schreibtischtäter waren auch Teile von bekannten SS-Einsatzgruppen und damit direkt an Erschießungen von Juden und anderen Bevölkerungsgruppen in den Besatzungszonen beteiligt. Der bekannteste Referent bis heute innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes ist sicherlich der berüchtigte Adolf Eichmann, der vor allem später durch seine spektakuläre Verhaftung Anfang der 1960er Jahre bekannt wurde, ein Mann, der vor allem für die logistischen Planungen des Völkermordes verantwortlich war. Insgesamt lässt sich feststellen, dass genauso wie bei der Führungsetage auch die mittlere Etage der Gestapo aus verschiedenen Gruppen letztlich bestand. Zum einen hatte man, wie gesagt, die alten und erfahrenen Kriminalbeamten, die man aus den politischen Polizeien oder auch den Kriminalpolizeien der Weimarer Republik übernommen hatte. Die meisten von ihnen hatten keinen nationalsozialistischen Background und fielen auch nicht durch Fanatismus oder ähnliche Dinge auf. Die zweite Gruppe bestand aus jüngeren Juristen, die quasi direkt den Weg in die Gestapo fanden. Im Grunde waren diese Leute ein Mix aus Überzeugungstätern und gleichzeitig Karrierebürokraten. Und die letzte Gruppe schließlich waren dann wahrlich die überzeugten Nationalsozialisten, Leute, die schon auf eine jahrelange Karriere in SS und SD zurückblickten und vor allem durch ihre weltanschauliche Haltung in die Gestapo gekommen waren und weniger über ihre fachliche Qualifikation. Diese unterschiedlichen Gruppen konkurrierten, wie gesagt, innerhalb der Gestapo, was allerdings der Effizienz der Gestapo keinen Abbruch tat. Tatsächlich wurde die Gestapo durch dieses Konkurrenzdecken nur effektiver, weil die verschiedenen Gruppen sich natürlich jetzt im Kampf um Macht und Einfluss in der Behörde gegenseitig mit Radikalismus überboten. Das bedeutet, je radikaler die Vorschläge war, die man der Führungsspitze machte, desto schneller konnte man in der behördlichen Hierarchie aufsteigen. Und das hatte natürlich vor allem für die jüdische Bevölkerung in den Besatzungszonen schreckliche Konsequenzen. In den Kriegsjahren und dann vor allem während dem laufenden Völkermord wurde natürlich der Personalmangel bei der Gestapo immer deutlicher. Man hatte immer neue Aufgaben im Laufe der Jahre hinzugewonnen. Dadurch entstanden größere Personalprobleme, die schlussendlich dazu führten, dass man nicht nur weiterhin Quereinsteiger aufnahm, sondern dass man vor allem auch die weibliche Bevölkerung stärker für Kriminalarbeit heranzog. Man muss sich bewusst machen, bei all den Zahlen, die ich zu Beginn des Videos genannt hatte, über die Mitgliederanzahl der Gestapo, waren die Frauen überhaupt nicht eingerechnet. Das bedeutet, in der Gestapo hatte man immer auch einen großen Teil von Bürokräften, von Schreibkräften und Telefonistinnen, die natürlich hier arbeiteten. Doch diese Frauen hatten natürlich nicht direkt etwas mit der ermittelnden Kriminalarbeit zu tun. Doch das änderte sich in den laufenden Kriegsjahren, sodass auch Frauen immer stärker in die eigentliche Kriminalarbeit eingezogen wurden. Kommen wir zum Abschluss noch einmal auf das zuvor angesprochene Bild eines typischen Gestapo-Beamten zurück, das in Film und Fernsehen bis heute vermarktet wird. Tatsächlich gab es den typischen Gestapo-Beamten nie. Das bedeutet, in der Gestapo gab es alles vom berechnenden Bürokraten über den Schlägertyp bis hin zum fanatischen Nationalsozialisten. Aber es gab sogar innerhalb der Gestapo einige Beamte, die sich ihre Menschlichkeit bewahrten und tatsächlich Juden bei der Flucht unterstützten, sie versteckten und so weiter. Natürlich war das eine verschwindend geringe Gruppe, aber es ist eben wichtig, das auch zu erwähnen. Häufig waren Gestapo-Beamte, was ihren Charakter betraf, sehr widersprüchlich. In einem Fall waren sie durchaus entgegenkommend, im nächsten Fall prügelten sie die Leute. Insofern ließ sich häufig überhaupt kein festes Muster erkennen, sondern vieles deutete darauf hin, dass Gestapo-Beamte sehr willkürlich und nach Tagesform mit ihren Opfern verfuhren. Auch die Kleidung von Gestapo-Beamten, also ihr öffentliches Auftreten, war höchst unterschiedlich. Die aus Film und Fernsehen bekannte Aufmachung des Gestapo-Beamten mit langem Mantel und Hut ist selbstredend ein Klischee. Natürlich hat es diese Aufmachung gegeben, aber sie war sicherlich nicht repräsentativ für die tausenden Gestapo-Beamten, die es Ende der 1930er Jahre gab. Nicht wenige Gestapo-Beamte waren nach 1945 der Ansicht, dass sie sich keines Verbrechens schuldig gemacht hätten. Denn man begründete, man hätte schließlich nur Anweisungen beziehungsweise Befehle befolgt. Tatsächlich muss man sich bewusst machen, dass diese Denkweise im NS-System weit verbreitet war. Und es gab durchaus Gründe dafür, dass diese Sichtweise auch nach 1945 verbreitet war. Denn man muss sich bewusst machen, häufig hatten die Gestapo-Beamten, die wirkten mit dem Endergebnis ihrer Handlungen ja überhaupt nichts mehr zu tun. Das bedeutet, wenn sie jemanden verhafteten und in Schutzhaft führten, bekamen sie meistens von dem Endergebnis nichts mehr mit. Denn wenn diese Person im Konzentrationslager landete, war das außerhalb ihrer Jurisdiktion sozusagen. Und damit hatte sich das erledigt. Und man hatte auch, um das eigene Gewissen zu beruhigen, eine Vielzahl von Begriffen eingeführt, die im Grunde einem das Gewissen erleichterten. Begriffe wie Sonderbehandlung oder auch Umsiedlung klangen natürlich viel besser als Mord, auch wenn das natürlich faktisch oft dasselbe hinaus lief. Doch man kann sich vorstellen, unter dem Einsatz dieses Vokabulars und der Tatsache, dass man eben das Ergebnis der eigenen Handlungen gar nicht zu Gesicht bekam, konnte man sich durchaus ein gutes Gewissen einreden. Und das taten eben auch viele Leute noch lange nach 1945. Aber natürlich muss man sich auch klar machen, dass für viele Gestapo-Beamten es auch überhaupt keinen Grund gab, sich für das zu schämen, was man getan hatte. Denn viele Gestapo-Beamten, gerade die jüngere Generation, hatte natürlich die NS-Ideologie tief in sich aufgenommen. Das bedeutet, das NS-Regime hatte ja über seine gesamte Wirkungszeit alles dafür getan, dass Juden gar nicht mehr als Menschen wahrgenommen wurden. Sie wurden entmenschlicht und letztlich zu Ungeziefer erklärt. Und genauso wenig, wie sich diese Leute darüber Gedanken machten, wenn sie eine Fliege zerquetschten, genauso wenig machten sie sich jetzt Gedanken darüber, wenn sie die Juden in die Gaskammern schickten, erschossen und so weiter. Das bedeutet, aus Sicht vieler Gestapo-Beamten war man kein Mörder, sondern man verstand sich als Patriot, der mit Schwerstarbeit belastet worden wäre. Das bedeutet, man sah im Judentum eine direkte Bedrohung für das Überleben der eigenen Rasse, des eigenen Volkes. Und damit konnte man sich natürlich den Mord an Juden und Regimegegnern zu einer Form von Selbstverteidigung schönreden. Und tatsächlich war das die verbreitete Sichtweise auch in den Kreisen der SS. Denn Heinrich Himmer verkündete immer wieder vor SS-Leuten und auch für Einheiten der Polizei, für die er ja auch zuständig war, dass das Ganze im Grunde eine Form von Selbstschutz sei. Das sei eine Schwerstaufgabe, die man zu leisten habe, aber man dürfe hier nicht einknicken, denn hier ginge es um das Überleben des eigenen Volkes. So viel erstmal bis hierhin in diesem dritten Teil zur Gestapo, zum Personal von der Führungsetage über die mittleren und unteren Ebenen. Ich fasse zusammen. Die Gestapo war nach 1933 zunächst eine sehr kleine Behörde. Noch 1934 verfügte sie zunächst nur über 1700 Mitglieder. Doch bis 1944 wuchs sie auf über 30.000 Mitglieder. Dieses starke Wachstum erklärte sich vor allem damit, dass man nach 1938 im Zuge von Annexion und dann 1939 im Zuge des Kriegsbeginns immer neues Personal brauchte, weil sich der Einsatzbereich der Gestapo deutlich ausweidete. Man war jetzt nicht nur noch im Altreich tätig, sondern man suchte natürlich nach Verrätern, Partisanen und so weiter in den Besatzungszonen und war darüber hinaus in Form von Einsatzgruppen auch an Massenerschießungen und am Völkermord insgesamt beteiligt. In der Gestapo sammelten sich nach 1933 sehr unterschiedliche Menschen. Man hatte Karrierebürokraten genauso wie fanatisierte Nationalsozialisten. Zugleich hatte man auch sehr unterschiedlich ausgebildete Leute. Man hatte die alten Kriminalbeamten und Beamten der politischen Polizei, die man auch aus der Weimarer Republik übernommen hatte. Darüber hinaus hatte man dann im Laufe der Jahre auch einen Haufen von Quereinsteigern, die vor allem aus nationalsozialistischen Organisationen wie SS oder SA kamen und damit natürlich mit dem nationalsozialistischen Gedankengut wesentlich stärker indoktriniert waren. Insbesondere in den Besatzungszonen kamen diese junge Generation, die häufig über die SS in die Gestapo kamen, zum Einsatz. Denn für die Massenerschießungen brauchte man eben erklärte Nationalsozialisten, die das ganze Gedankengut vollkommen verinnerlicht hatten, damit die eben unter den psychischen Belastungen bei Erschießungen nicht zusammenbrechen würden. Vor allem in den Kriegsjahren wurde immer mehr Personal in der Gestapo nötig, sodass auch die unterschiedlichen weiblichen Kräfte in der Gestapo immer stärker in die Kriminalarbeit einbezogen wurden und damit quasi nicht nur noch als Schreibkräfte oder Telefonistinnen aktiv waren. Die Gestapo wirkte bis 1945 eben nicht nur als eine gewöhnliche Polizeibehörde, wie der Name eben suggeriert, sondern letztlich eben auch an der Seite von SS und SD an Massenerschießungen mit und war damit direkt involviert in den Völkermord an den europäischen, nicht nur Juden. Nach 1945 standen viele Gestapo-Beamte auf dem Standpunkt, man habe sich keines Verbrechens schuldig gemacht, man habe nur Befehle befolgt. Das war keine alleinige Sichtweise der Gestapo, sondern das hörte man natürlich auch aus den Reihen von anderen Behörden. Insgesamt ist das Ganze zumindest ein Stück weit nachvollziehbar, denn viele Gestapo-Beamten wurden mit dem Endergebnis ihrer Handlungen nie wirklich konfrontiert. Wenn man also jemanden verhaftete und der dann schlussendlich in ein Konzentrationslager überstellt wurde, bekam man von dem, was in dem Lager selbst geschah, nicht mehr unbedingt was mit. Und somit konnte man sich quasi versuchen, zumindest ein ruhiges Gewissen einzureden. Denn vor allem die älteren Gestapo-Beamten, die im Altreich in der Regel tätig waren, hatten mit dem Völkermord aus naheliegenden Gründen nicht viel zu tun. Doch die junge, radikalisierte Generation der Gestapo war eben durchaus Teil des Völkermordes und stand durchaus auf dem Standpunkt, dass der Mord an den Juden im Grunde gar kein Mord sei, sondern im Grunde eine notwendige, wenn auch brutale Form der Selbstverteidigung. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und ähnlichem. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ...